Musik Mein Name ist Fred Molde und ich bin Akkordeon, Keyboard und Klavierlehrer an der Musikschule des Landkreises Oldenburg. Und das ist mein Schüler Ben. Ben Buchmann hat seit der Grundschule bei mir Akkordeonunterricht. Und Ben zeigt euch jetzt, was er schon spielen kann. Er spielt einen Fuchsong aus Neuseeland. Musik Dankeschön. Ben hat bei mir Einzelunterricht seit dem Grundschulalter. Und Akkordeon kann man auch in Gruppenunterricht erteilen. Das Akkordeon ist ein vielseitiges Instrument. Man kann Klassik draufspielen, man kann Fug draufspielen. Das ist ein Zungeninstrument. Es befinden sich Zungen innerhalb des Akkordeons. Und durch den Balken entstehen dann diese typischen Akkordeontöne. Ja, wir spielen Akkordeon auch in einem Ensemble mit den Akkordeons und haben dort immer sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir uns bald dann in der Musikschule sehen. Dankeschön.